Heute sind wir an den Rhein gefahren und zwar hier nach Dormagen-Rheinfeld und hier gibt es ein nettes Gasthaus, das nennt sich PWIP. Hier kann man essen, trinken, kann man sich schön hinsetzen, relaxen. Es ist immer ein Ausflug wert. Also jetzt ein paar Eindrücke hier vom Gasthaus PWIP am Rhein bei Rheinfeld. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018